So, was machen wir heute? Heute, habe ich mir überlegt, also wir könnten zwei Sachen machen. Habt ihr gesehen, da war mein Schatten auf der Wand sogar zu sehen. Ist ja schon toll. Wieder ein Monster irgendwo unterwegs. In diversen vergessenen Höhlen. Oder, ich hoffe das doch, dass das Höhlen sind. Dann können wir den Nähter-Reck weg tun. Die Kürbislaterne mache ich dann. Die mache ich dann allerdings in den Fußgänger-Tunnel rein. So, da sind ja noch drei Kloßtöne. Drei Kloßtöne. Ein Kloßtöne. Warum nur einer? Naja. Naja, der ist vielleicht noch von irgendwer übrig geblieben. Dann tun wir das zu den Färbemitteln. Da, dann haben wir Quarzerz. Da haben wir auch noch Kloßtöne. Okay, da können wir also noch einen machen. Kloßtöne. Wieso habe ich den Kloßtöne da drüben hin, weil das ein Werkzeug ist zur Beleuchtung. Ja. Könnte man so definieren. Nähter-Reck. Oder wie auch immer. Nähter-Stein habe ich da gesagt. Prima. Kohle brauchen wir noch. Das tun wir nach oben hin. Den Sandstein brauche ich vielleicht gleich noch. So, wir könnten, wie gesagt, einmal das Justizgebäude einrichten. Ich habe mir aber überlegt, dass ich vielleicht auch mal mit dem Gewächshaus anfange. Das ist ja nicht so weit weg. Und da brauchen wir schwarzes Glas. Und wir brauchen Sandstein. Und da wir kein schwarzes Glas haben. Doch, haben wir genug. Also haben wir einiges. Ob es genug ist, weiß ich nicht. Aber wir haben einiges davon. Stimmt, da hatte ich ja schon mal so welche gejagt. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wir brauchen ja diese Quader hier. Sandstein brauche ich. Den wir uns aus dem Sand hier gut machen können. So. 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 Wie war das mit gemustertem Sandstein. Da muss man irgendwie was übereinander legen. Oder was? So. Sandstein. Dann hier nochmal Sand. Und hier nochmal Sand. Wir hatten ja vier Sticks mitgenommen. Quatsch. Äh. Zwölf Sticks. Dass wir drei Sticks Sandstein daraus kriegen. Wie war das mit dem gemusterten? Warte mal. Wie geht der? Wir haben ja da noch was. Das wäre vielleicht ganz nett, wenn wir in so einem Sandstein. Gemeißelten haben wir hier. Glatten, glatten. Okay. Das ist alles glatter. Wir haben gemeißelten. Wir haben Sandsteinstufen. Das muss ich erstmal wieder lernen. Also. Was haben wir hier noch? Noch Sandstein. Alles nur. Ach, das ist ja schon spezieller. Okay. Das ist glatter Sandstein. Das ist gemeißelter. Ich wollte gemeißelten haben. So. Wie kriege ich den gemeißelten Sandstein? Uh. Wie kriege ich den gemeißelten Sandstein? Muss ich da jetzt vier Dinger von denen nehmen? Nein. Nein. Da war irgendwas doch mit Stufen. Nein. So. Das gibt's. Gemeißelten. Ah. Zwei Stufen übereinander. Prima. Da haben wir gemeißelten. Was haben wir hier? Sandstein, Sandstein. Da gibt's die Stufen davon. Okay. Und da gibt's dann den gemeißelten draus. Huch. Wunderbar. Dann machen wir das mal so ein bisschen hübscher optisch mit gemeißelten. Dann nehme ich dann doch die Stufen. Da habe ich schon alle. Glatten, glatten. Ich habe ja eigentlich schon alle. Dann müssen wir uns halt noch ein bisschen Stufen basteln nachher. So. Und dann schwarzes Glas. Das habe ich schon eingesteckt. Jawoll. Und dann mal zur Baustelle. Wir haben noch Schaufeln. Wie viel? Eine. Naja. Weiß nicht, ob das reicht. Wir sehen es ja dann. So. Dann fangen wir mal zur Baustelle. Licht haben wir genug erstmal. Können wir vielleicht dann auch anders regeln mit dem Licht nachher. Also. Huch. So. Wo geht's mit der rechten Maustaste bitte? Ah, hier haben wir auch schon mit Kürbissen angefangen. So. Dann gehen wir mal raus hier auf dieser Station. Ich denke mal, dass wir hier zur Baustelle kommen oder? Ja. Nee. Naja. Naja. Nachher für oben wahrscheinlich. Dann müssen wir doch eine wieder zurück. Ja. Wenn man sich in seinem eigenen System nicht auskennt. Äh. Da oben. kommen. Hier müssen wir raus. Ja. Das sieht auch ziemlich blöd aus hier. Das können wir auch noch machen. Aber hier soll unser Gewächshaus hinkommen. Wo ist die Sonne? Weiß ich jetzt nicht. Im Schatten nach. Geht sie schon bald wieder unter. Da. Also machen wir uns mal hier in unserem Bett statt hin. Erstmal ein bisschen aushöhlen. So. Auch das ist wieder so ein Hirsen hier von der. Von dem Scheder. Es sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Warum sich zum Beispiel die Sonne hier in der Höhle spiegelt. Ne. Also da sind so ein paar Sachen, die beim Scheder echt gewöhnungsbedürftig sind. Dann lege ich hier mal, stelle ich mal mein Bett ein. Und dann können wir ja in der nächsten. Ja, ist ein bisschen seltsam. Dann können wir in der nächsten Aufnahme dann. Äh, in der nächsten Folge dieser Aufnahme würde ich sagen. So, wo machen wir denn das Bett dann hin? Also wir machen... Ja, was habe ich mir überlegt? Wir machen also ein bisschen von diesen neuen Gemüsen, die wir da gefunden haben. Wir hatten ja in dem einen Dorf haben wir ja rote Beete. Na. Bauen wir an. Dann bauen wir hier Melonen an, die wir auch neu gefunden haben. Und wir bauen auch Kürbisse noch an. Kann ich mich schneehen legen? Noch nicht. Das machen wir alles hier. So, das Bett machen wir auf dieser Höhe oder eins tiefer. Machen wir das eins tiefer. Wir müssen ja noch... Äh, dann noch das Wasser hinsetzen. Da müssen wir nach... Moment also, wir werden... Erstmal gucken, hier kommt die Wand hin, ne? Also... Mal was trinken. Also hier kommt die Wand hin. Und dann machen wir eins, zwei, drei. Hier dann die Bewässerung. Eins, zwei, drei. Warum nicht vier? Weil das sonst zu viel wird. So, jetzt kann ich mich aber hinlegen, oder? Okay. Das sehen wir weiter.